Wir bei TrailerDynamics haben einen elektrifizierten Trailer entwickelt, der durch Unterstützung der Sattelzugmaschine zu wesentlichen Verbrauchs- und CO2-Emissionsreduktionen beiträgt. Wir leisten damit einen signifikanten Beitrag auf dem Weg zu Green Logistics und zur Klimaneutralität des Langstrecken-Schwerlastgüterverkehrs. Unser System ist optimiert für die Langstrecke. Entsprechend haben wir an Bord eine hinreichend große Batterie, die eine kraftvolle E-Achse mit Energie versorgt. Das System wird über unseren selbst entwickelten Königssapfen in Echtzeit unabhängig von der Sattelzugmaschine gesteuert. Unser E-Trailer-System unterstützt zum einen die Dieselsattelzugmaschine und führt dort zu Verbrauchs- und CO2-Reduktionen und zum anderen die batterieelektrische Sattelzugmaschine und führt dort zu Reichweitenerhöhung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017